Ja, dann machen wir doch auf dem die Story. Auf dem... Holo Jesus. Der jetzt der einzige, der schon in Desolation war. Lul. Naja. Äh... Ja. Ja, die letzte Staffel, also Heart of Thorns Story, das werde ich jetzt nicht nochmal spielen. Weil das wäre ein bisschen... Ein bisschen arg krass. Äh... Aber eben die POF. POF Story. Die kann ich für euch machen. Äh, was ist passiert? In Heart of Thorns. Ja, wir haben den Jungle Dragon besiegt. Äh, logischerweise. Ähm... Ziemlich viel crazy shit ist passiert. Und... Äh... Äh... Ja, letztendlich. Hat sich, äh, Destiny's Edge, also die Bruderschaft, oder die Gilde, die wir angehört haben, hat sich letztendlich aufgelöst. Und... Wir haben unsere neue. Ja. Guck dir das an. Das da ist alles Alte. Das, was hier ist, war Heart of Thorns. Also... Äh... Heart of Maguma. Das hier ist... Verdant Brink. Oh, die sind alle größer als die davor. Zwar nicht so viel, äh... Mit so viel Ebenen, aber ja. Schon einiges. Naja. Ähm... Der letzten Teil, den wir gerade... Also den ganzen Anfang von der POF-Story ist, dass wir uns hier mit... Ähm... Und wenn die nächsten Elder Dragons sterben, zerreißt das das komplette Gleichgewicht, wie wir in den letzten Living World Episoden rausgekriegt haben, würde das komplette Gleichgewicht der Energie zerstören, was zum kompletten Untergang von Tyria, also der ganzen Welt, und was noch so hier außerhalb dann kommt, bedeuten würde. Und deswegen müssen wir ihn aufhalten. Reden wir mit dem. Genau. Wir sind da hingeflogen, sind hier durch die Pyramiden, haben dieses kleine Dorf hier gerettet und sind jetzt hier angekommen. Ne. Kein Katz-Szen-Style. Well, your guildmates are being hosted by the Chief Counselor at the Civic Center. She can fill you in about the state of the city and the surrounding area. And she might know something about Balthazar too. Sounds good. Anything from the ground level. Someone who's dealt with him or his army first hand. My deputy Ayub is at the camp run by Khomirs Priesthood. The refugees there may be of help. And then there's... Hmm. How do you feel about getting a little lower than ground level to find what you want? I have a deputy assigned to the local Smugglers. The Hommasine. Name a case. Not so sure he's mine anymore. But you might seek him out. If you don't mind walking on that side of the light, of course. I think I can stomach it. You'll find them at the casino. Tread lightly. Okay. Jetzt haben wir die Möglichkeit... Wir müssen kurz noch mal die Marke hier weg machen. Erst einmal mit Kais zu sprechen. Dem Chief Counselor at the Civic Center. Oder dem Ayub at the Refugee Camp. Live über NPC-Gespräche letztendlich. Ähm. Es gibt Cutscenes. Aber nicht diese Dialog-Cutscenes. Hm. Aber das werdet ihr noch früh genug sehen. Ähm. Ich würde sagen, wir gehen erst außerhalb. Weil die anderen beiden nah beieinander sind. Und es gibt jetzt eben Mounds. Das ist der erste. Das ist der Raptor. Die anderen habe ich auch schon freigeschaltet. Deswegen kann ich sie euch zeigen. Das wäre... Der Springer. Ist letztendlich ein... Rabbit. Hallo. Ich bin putzig. Und der... Kann das hier. Hui. Wenn ich es skille, kann ich noch ein bisschen höher hüpfen. Das dauert aber noch ein bisschen. Der Raptor. Der kann... Diesen weiten Sprung machen. Und bisher der coolste Mount, den ich habe... Ist der hier. Ist der Skimmer. Hm. Der fliegt so. Und mit dem kann man quasi zeitweise ein bisschen höher gleiten. Hat den Sinn. Es gibt hier zum Beispiel hier oben... Und das ist Treibsand. Da kann man nicht durchlaufen. Da kannst du aber mit dem Skimmer drüber fliegen. Zum Beispiel. Genau. Wir helfen jetzt erst mal kurz hier innen. Über Wasser kann man auch fliegen. Das ist auch sehr praktisch. Es gibt sogar einen Speedboost, wenn man das macht. Der Skimmer ist ein bisschen träge. Deswegen sind Kurven mit ihm gar nicht so einfach. Das ist auch ein bisschen... Das ist auch ein bisschen... Genau, also die Mounts haben halt alle einen Sinn, das ist halt der Punkt. Also zum Beispiel gibt es hier oben, ähm, hier, ist eine kaputte Brücke. Hier kommst du nur weiter, wenn du, äh, also nur drüber, du brauchst da nicht lang, du kannst auch hier lang, das ist halt ein bisschen komplizierter als hier drüber, ähm, wenn du hier die, äh, Raptor Mount Canyon Jumping geskillt hast, das dauert halt ein bisschen, bis man das hat und dann kann man damit halt eben über die Ding, hier, die dritte ist eben der High Jump, das ist das, was ich gerade trainiere, ähm, wenn ich das mache, dann kann ich eben mit dem Bunny höher springen, oh, das können wir noch machen. Genau, das haben wir schon getraint jetzt, ähm, dass wir halt ein paar Zusatzeffekte kriegen. Genau, und so hat hier das Ding halt, äh, die Zusatzeffekte und immer die letzte, die letzte Ding ist, dass die, ähm, Sachen von, von den davor auf alle Pads übertragen werden. Das heißt, in dem Fall, dass man, äh, Hüten, oder dass, zumindest eine Sache davon, hier, Master the Springer Mount and learn to share the bonus of Fortified Descent to all other mounts. Fortified Descent heißt, dass man, äh, mehr Fallschaden kriegen kann, bevor man vom Pet runtergeschmissen wird, wirst. Ähm, du musst einfach nur Erfahrung sammeln, das ist diese, diese Leiste hier, das ist auch die Leiste, die jetzt hier unten ist, weil ich Max-Level bin, ähm, und dann brauchen wir diese Mastery Points, und das sind halt einfach Punkte in der Map, die man abschließen muss, so wie hier hochklettern, äh, und damit kommunizieren, oder halt eben auch hier drüber, wo du den Skimmer brauchst, um da hinzukommen, ähm, und damit den Platz kommunizieren, oder irgendwelche hier, das ist ein Rätsel, das man lösen muss, ähm, da ist, muss man auch hinkommen, da braucht man auch den Skimmer, beziehungsweise den, äh, den Jumper und so, genau, also letztendlich so kleine Aufgaben, oder halt Rätsel, Jumping Puzzles, die man erledigen muss, und dann kriegt man halt eben die Punkte, und du musst halt eben einfach nur Erfahrung sammeln, durch Gegner killen, und so weiter, bis du es quasi trainiert hast, wenn das voll ist, dann kannst du die Punkte quasi dafür ausgeben, und hast das dann gelernt. So, und jetzt helfen wir hier mal dem, dem, äh, dem Bewohnern, den Flüchtlingen hier des Camps, der wird ja hier Heilungszeug hier bringen, äh, der ist durstig, das heißt, dem bringen wir Wasser, können das natürlich alles auch noch mit dem Raptor kombinieren, dann ist man ein bisschen schneller, der ist hungrig, Medicals, da war auch nochmal jemand hört, halt die Fresse, halt die Fresse. ein Skill-Hub, muss man ein bisschen aufheaten, da, supergeil, supergeil, ah ja, da hinten ist nochmal ein Shaking Tent, was machen wir, dann haben wir es abgeschlossen, oh, ein Sandline, so, aufpassen, dass wir nicht overheaten, das ist die Holosmith, ähm, Art, oder neue Mechanics sozusagen, diese Photon Forge, wo wir eben diese neuen Skills kriegen, und, äh, ja, das, wenn wir overheaten, ich kann es euch mal zeigen, bumm, bumm, das sind halt super powerful Skills, aber wenn wir halt, äh, das übertreiben, sag ich mal, da, 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 so, schaut mein Leben an, wird ein bisschen weh, ja, das ist halt das Ding, aber es, es macht so viel Spaß, okay, ja, hallo, muss es halt einmal machen, und dann macht es Spaß, und dann bleibt was da Bional. Dann haben wir, um, wir haben, wir haben eine Gruppe, die Gelegenheit von Forged attacks in Destiny's Gorge, nachdem wir aus den Elan Riverlands zu den Du solltest es nicht haben. Und mach hart. Balthazar wird dafür bezahlen. Was hat dir mit dir in dem Desert? Wir haben es sehr nahe gemacht. Wir haben die Salzflatsche gerade vor einer Forstin. Balthazar hat das ganze Desert umgekehrt und... Ich bin sorry. Ich will nicht mehr darüber sprechen. Dann halt nicht. Was hat dir mit dir in dem Desert? Wir kamen von den Highlands, als wir in eine brandete Ambition. Aber wenn ihr zockt, dann schreibt ihr nicht mehr. Vlast. Vlast. Gleam? Gleam war der Name, den die Bards ihm gegeben haben. Aber sein wahrer Name ist Vlast. Er ist ein Saviour mit Wings. Wir verdienen ihm unsere Leben. Das ist... das ist der erste Sion. Aurens Bruder. Ein guter Drage? Er hat seine Mutter gearbeitet. Cormier hat ihn gegründet. Wo kann ich ihn finden? Niemand weiß, wo er rostet. Er ist nur... ... um den Brandeten zu entgegenzen. Also Aurene hat einen Bruder. Das ist großartig. Ich hoffe. Was ist nächstes? Ja und dann ähm... Es ist halt so geil, wie schnell man mit dem Raptor ist. Wegen den Sprüngen. Dum 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 dum. So, jetzt ähm... Gehen wir zu dem anderen, ehrenwürdigen Mann. Der da. Chief Counsel. Ups. Nicht gegen Zeug rennen. Öks. Schönen Wings. Um! Uh! Okay. So, posten wir noch auf Twitter schnell. So, posten wir noch auf Balthasar. Hast du noch eine Information über seine Whereabouts? Der Gott selbst? Wir wissen nur, dass er immer auf dem Weg geht. Und dass Amnun ist, dass er seine Truppen befindet. Vielleicht hast du ein paar Insight. Wir sind ein bisschen im Pass. Joko's Regierung hat die Mordenkresenten an Amnun, um die Militär Unterstützung gegen die Forged. Die Mordenkresenten kann nicht mehr sein, die Honorable Sunspeare, die sie damals waren, aber sie machten die Macht. Und in einem Moment wie dieser, wir brauchen alle Hilfe, die wir bekommen. Sie haben historien. Die Mordenkresenten. Die Mordenkresenten hat die richtige Idee. Wir sollten uns sehr glücklich sein, dass die Mordenkresenten sogar noch zu helfen. Wir sollten die Mordenkresenten von Joko's Standard und machen es klar, dass wir den König des Königemers unterstützen. Wir haben Joko seit Jahren resistiert. Ich versuche ihn nicht zu lassen. Und ohne eine Kampf? Nein. Das ist gar nicht. Das ist gar nicht. Unsere einzige Option ist, uns zu alignen mit Cormier's Priesthood und den restlichen Sunspearen. Uns zu alignen mit beiden Seiten wird nur zu zukünftigen Konflikten. Amnun wurde independant und sollte sich auch independant sein. und rund und rund geht es. Ich würde irgendwelche Konsequenzen, die du vielleicht haben möchtest, Commander. Diese Menschen sollten nur sich selbst aussehen. Die Minute, diese jappenden Windpächer lassen eine Kreatur wie Joko in diese Stadt, sie geben keine Hoffnung von Freiheit. Ihr könnt euch gleich die größte Kugel hier sein. Aber was passiert, nachdem die Forgede sind Sie sind verletzt. Every decision you make has a cost. In this case all the people have to do is serve Joko forever after they die die. What a deal. Also das hat gerade schon einiges gezeigt, der letzte Satz. Joko wohnt da. Ihr seht schon, wie kaputt die Landschaft da ist. Joko ist quasi ein, ähm, wie heißt das? Ein Lich? Also ein Untoter, der die ganzen Untoten hier befehligt auf diesem Gebiet. Und, ähm, ja, die Untoten sind dafür bekannt, nicht unbedingt die nettesten Menschen zu sein. Spear Marshal Cormier war ein lokaler Hero, sogar bevor sie einen Fallen Gott und seine Macht erhielt. Seine Sunspeare haben immer diese Menschen zu kämpfen, auch wenn die Schmerzen in klammern. Es sind vielleicht eine kleine Gruppe jetzt. Aber eine Allianz mit den Sunspeare wäre das Licht in der Schmerzen, das die Stadt braucht. Sehe ich genauso. So, was wollt ihr mir sagen? Seine Stimme gefällt mir schon mal nicht. Die Mordent Crescent von den anderen Und du, Kanzler? Du bist sehr ruhig da oben. Es gibt keine guten Optionen hier. Alle diese Pläne sind zuerst. Ich kann nicht von ihnen so. Aber ich bin immer noch für Kormier. Danke für eure Input, Commander. Wir fliegen das Symbol von Kormier und der Sunspeare-Resistenz. Amnuin wird ein Wellespring von Hoffnung, ein Licht für den Rest des Deserts zu folgen. Kormier, sei gegründet! Oh, gut zu denken. Es gibt keine Ahnung, dass die Geschichte sich wiederholt wird, wenn das alles vorbei ist. Ich bin schon inspiriert. Der King-Joker wird sicher, dass wir diese Entscheidung retten. Du... Du hast uns alle töten! Die Sunspeare-Resistenz sind eine Leihabilität. Sie brauchen unsere Hilfe mehr als unsere. Gibt immer unzufriedene Leute. Diese Menschen sind zufrieden. Sie sind in einer Krieg, die sie nicht verstehen. Balthasar kam in den Desert für Krokotorik, nicht für sie. Aber warum? Warum macht er das? Das ist, weshalb ich wollte, die Sunspeare-Resistenz Um Kormier zu betrachten. Sie könnte uns um Antworten oder in Balthasar's Aktionen zu betrachten. Es ist wichtig, dass sein Ziel ist noble, aber sein Weg nicht. Deine Hoffnung ist... inspirierend. Danke. Hast du von Taimi gehört? Ich konnte nicht ein klartes Signal. Ich glaube, ich sollte es wieder versuchen. Ich habe ein paar große Nachrichten, zu erzählen. Die Exaltete sagte Aurene was Glint's Second Sion, aber wir wissen nicht was zu der erste. Und jetzt? Der Name ist Vlast. Er hat sich auf die Arbeit von Krokotorik und den Branden. Das ist wunderbar, eine andere Dragon-Ali. Ich fühle mich Kormier bereits zu einem Resolution. Taimi wird über die Moon wenn sie hört. Ok. Den Teil hätten wir. Dann fehlt nur noch hier unser Deputy Kais oder Kais. Was willst du? Du, Kais? Vielleicht. Wer ist das? Der Kais. Der Kais, Kaptein Rahim hat mich. Der hat die Impression dass du hat die Netzwerke nach der Hormeseen. Sie ist nicht? Er ist falsch, dann schockt. Ich bin hier um die Gäste der Räume. Ich glaube, dass ich keinen Flie mit der Fuß ... ... Wenn das dein Begriff ist, dann brauchst du Zalambor. Er ist die Netzwerke Er ist der Tag Das ist das Casino. Wir sind also schon richtig und ihr seht das. Keine Raptoren. I don't fucking care. I'll get you access to a vast kingdom of new customers. You must be Zalambor. I am. My friends, let's adjourn for now. In the meantime, my casino is yours. Enjoy the Grand Sahil's many luxuries. You spared me from a few more minutes of dealing with those smugglers. For this, I owe you. But next time, make an appointment. Maybe I should explain why I'm here. Oh, I know why you're here, Commander. What I don't know is what it's got to do with me. Elonian wine? I'll pass. You sure? It's not poisoned or anything. I'm offended, Zalambor. You've never once offered me wine. Ah! I present to you Archon Iberu, of the Morden Crescent. But Archon, the Commanders come to us all the way from Lion's Arch. Morden Crescent, one of Palawa Joko's undead. I'll be honored with awakening soon enough, but today I still have a pulse, Outlander. As I'm sure you're aware, Chief Counselor Imon invited me here to discuss military aid for M. Noon. And just as I arrive, I hear the Council has decided against the Alliance. It's not too late, Zalambor. Reverse this situation before it gets any more out of hand. Me? Me? I wasn't even there when they made this decision. That's beside the point. Here's the point. What are you- Do you- Don't... Ugh! Enough of this! Awaken! Reduce this eye-sorta rubble! It's unwise to intervene in our affairs, Outlander. I'm full of unwise ideas. But protecting the living from an undead army isn't one of them. Beat your chest all you like We're heating up It's to kill rising Temperature normalized Switching to hollow No mercy by enemies Better let this cool down a bit Temperature normalized Enough time for Vic My apologies for the unpleasantness commander This is why I insist on appointments Happy to help Mainly because now you owe me The fact that I'm still able to walk Is a point in your favor for sure And this time of war does make for strange bedfellows Cormier knows I've had worse I'm only after Balthazar You understand? I can't be dragged down by Whatever else you've got going on My organization makes it possible for me to do many things Fun public works Donate to our refugee guests Keep candle after candle burning at Cormier's temples I never wanted to cross the Morden Crescent But I suppose it was inevitable I'm grateful you were here for the Archons Overture So I'll keep an ear to the ground On your behalf Looks like I'm done here Now to see if I can reach Taimi Hmm She's Schauen wir mal Was Taimi uns zu sagen hat Und mal den Spot I'm here commander I read you Glad you made it to the Crystal Desert in one piece You are in one piece, right? So far Did you duke it out with the fire guy yet? What's happening? Update Update now Balthazar's got the desert in chaos I'm trying to find the shortest route to him To Well You know But I think the biggest news I've heard is a story about a dragon Vlast Supposedly he's another scion of Glint Aurene's brother What? Tell me all about it What's his height, wingspan, powers Did he eat anybody in front of you? I haven't met him yet But I'll let you know How are things in Radonovus? It's hard to change people's minds with conjecture So I'm trying to prove that killing dragons isn't ideal I'm also trying to get all the dragon lab info into Scruffy So I can become more mobile It's a madhouse in the lab now They're giving chores Chores Speaking of which Here comes one now Check back in when you get a chance Okay Okay Dahin also Seid ihr schon tot Oder what? Kann ich jetzt auch nichts dafür Kanak? What are you doing here? No, Kanak Freedom is a sweet drink, Commander I've been busy quenching my thirst You should join us We were just about to meet with you Salambour I already know a thing or two about this place A Sylvari Gambler Who's up 500 gold Is just my cover I promise you Now that he's free It's okay He's not too afraid Seh ich Gentlemen Let's keep it civil How about it, Kanak? While my freedom's been gratifying It's also a little boring This is much more interesting Besides I may have made a wager That the slayer of elder dragons Can take down a guard And I intend to collect What are the odds? Let's not jinx it, Commander Welcome back, Commander It's an honor to have the members of Dragon's Watch In my humble establishment Please, follow me The Grand Zahil is already back to running at full capacity And no small part due to your earlier intervention We have all the finest games and entertainment The Crystal Desert has to offer Do you enjoy games of chance? When the odds are in our favor I reached out across my network for information about Balthazar And I think I know what he's after Kraukatorik You're half right He's currently hunting down a crystal dragon But that dragon is a blast I wonder why he'd suddenly change targets Who among us can understand the will of a god? I do know his forged army has encampments all over the Crystal Desert He stops at these camps to rally his troops while he's on the dragon's trail So we might be able to intercept him at one of the forged camps You've come through, Zalambor I actually don't regret keeping you alive The feeling is mutual, Commander I'll take my leave now Enjoy your time here, please Stay away from the high-stakes roulette It's rigged I knew it So, who's up for a trip to one of these camps? Sounds good to me Let's shut him down before he's responsible for anyone else's death We don't want to rush in blindly And if I'm going to be joining you again I may as well make myself useful I'll scout the main camp See what I see and report back The main camp? On your own? Seems risky Nah, not alone I'll go with him Hmm Not the response I expected Hey, vacations have a way of dulling a blade, so to speak Can't let you fumble around unsupervised That's more like it Alright Kaz and I will check out the smaller outposts Actually, I'll leave it to you, if you don't mind I have some matters to attend to There's a temple of Kormir near one of the forged camps You can find me there when you're done Okay Auf zu den Captain Rahino Und dann zu den forged camps Captain, I'm glad I caught you Hi Commander It would seem you survive the dinner vipers in Zalambors casino Zalambor was reluctantly helpful He said the forged had set up camps in the area My team is scouting the main camp But I need to know where any of the smaller posts might be Actually, there are two forged outposts outside the city walls They mostly provide reinforcements and tactical support for the main camp It would make sense to take those out before attacking the main camp then Kill the cavalry before they can come to the rescue And it might come back and raid the message You'll find outposts to the north And the other to the east I've posted my cavaliers outside them They can fill you in on what to expect inside All right All right I'll do it I'll do it All right I'll do it Ahi, Stranger. Be cautious if you're heading north. The Forge have set up artillery at their camp just ahead. The casino owner in Amnoon told me the war god Balthazar rallies his troops at these camps. Ah, Zalambor. I haven't seen Balthazar come around here, but the Forge are nasty enough on their own, especially now with the cannons and all. Well, I can put the Forge and their cannons out of commission. Ah, maybe you can leave a couple standing. I really need to keep this post. Thermal release complete. Ah, komm, mach mal erstes Event hier. Das ist eine Falle übrigens, die uns dismounted. dismounted, wie ihr seht. Oh, das hat zu verletzten. Oh, das ist gut. Boop 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 Nix da retreating und überheitet Und überheitet Hier war Nix da retreating Hier war Na 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 Ah Oh Some of mine Some of mine Help protect our pups. I hate stunning the poor pups. They'll get away from me. Over here. Captain Rahim said you could help me. Have you ever seen Balthazar at this camp? If Balthazar ever showed up at this camp, you'd be talking to an empty tent. I'm just here to observe and report. I'm hoping to find clues on what Balthazar's up to. You can stay here, cowering in the shadows, if you prefer. Thanks for understanding. I have seen couriers delivering dispatches. They might contain intel about Balthazar's battle plans. I should have sent Ritlock to this camp. Save myself some trouble. Where is that intel? Switching to holobo. You can't escape. Crossing heat thresholds. You can't stop us all. I'll cut you to pieces. Turning to normal parameters. Choo. Switching to holobo. You can't escape. Ich hasse Sharpshooter Ich schalte ihn jetzt gleich mal aus, den wir ihm beim Besuch abstatten. Hallo! Das sieht interessant aus. Das ist interessant. Das ist interessant. Das ist interessant. Was ist das? Got to keep looking. Aha. Aha. Nothing here. Switching to hollow mode. Aha. No luck. This looks interesting. Heat level zero. Aha. Ah. Two camps and still no sign of Balthasar. Dum 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 dum. We have to worry about leaving our flanks exposed at the main camp. Hopefully Ritlock and Canuck had more luck scouting it out. Off the main camp. Would I say. Oops. Shhh. So, auf in die Story. I was getting tired of listening to him complain about the weather. All I said is that for some of us, this arid climate is less than hospitable. I think he's wilting. What have you learned about Balthazar's camp? I'm told this is the main forged camp in the region. It has an extremely heavy troop presence. Then I say we charge in and take him out before they know what hit him. Fast and fierce. Or, given that we'll be staggeringly outnumbered, I suggest we use Finesse to engage a few at a time. Klingt nach nem Plan. Okay, follow my lead. Let's go meet a god. Drei Sharp-Shooter. Klingt nach nem Plan. Go ahead. We'll cover you. Thermal release complete. Gates open. Sentry. Astin War Mage. Astin War Mage. First of all. In two. One. Two fighters. One. Two forces. One. Three. Oh, das ist ein Trigger. Oh, das ist ein Trigger durchstopp. Perfekt. Oh, das ist ein Trigger. Ja, das ist ein Trigger. Oh, das ist ein Trigger. Und jetzt das da. Die Ult ist halt so geil. So, jetzt da hoch. Und aufpassen nach Sentries schauen. Oh, das ist ein Trigger. 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 Oh. Oh, das ist ein Trigger. Oh. Da, da. Kommst du mal mit? Ich freu dich. Hallo. Ich probiere es jetzt einfach mal mit dem Springer, ob ich drüber komme. Eigentlich sollte der die Tür aufmachen. Das ist ein Arbeiter. Das ist der Hauptkampf. Es muss noch andere Arbeiter in der Mitte kommen. Wir gehen sie an. Mit Glück, wir können sogar den so-called Gott sehen. Wenn er nicht hier ist, sollten wir ihn wissen, dass wir nachdenken sind. Keine Forged-Officer stehen. Fast und Fierce. Ja, was die Plante sagte. Geh das Sentry, oder wir haben das ganze Camp auf uns. Okay, Sentry's down. Go ahead, hit me. Now we're cooking. Ups. Gut, dass wir ihn im Leben gelassen haben. Oder auch nicht. Der Fug. Gut, dass wir den Springer schon haben. Dadurch können wir hier die Bugged Mission trotzdem weitermachen. Immerhin. Gut. 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 I'm just warming up Projector activate I've failed in my duty Disengaging holoprojector Armored up I've failed in my duty I've failed in my duty Disengaging holoprojector So, we have the mission all to destroy and then we'll do that So, I'm on a sentry That sentry's been alerted Get them Activating hard light a minute Got that sentry in time I'm just warming up Was it fast enough? Returning to normal parameters Kack scharpschulter So, I'm just warming up I'm just warming up Das fühlt sich gut. So, ist hier unten noch was? Kann ich nicht. Nicht so aus. Okay. Dann... Die Sentry erstmal. Okay, Sentry's down. Here's where things get hot. Returning to normal parameters. Der kommt gleich. Exakt. Passer dich. Ein Schraubshooter. Wichser. Das fühlt sich gut. So, jetzt sind wir die letzten. So, jetzt sind wir die Sentry. Nö. Das ist nicht die Schraubshooter. Hey. Okay. Dann die warme Hatches. Und dann den anderen Warmage. Puh. Ich fast schon wieder overheated. Das ist nicht die Schraubschraubung. Das ist nicht die Schraubschraubung. Aber das wird jetzt lustig in Melee. Aber den Fight habe ich ja schon mal gemacht. Das Schieß ganz, ganz nett. Hallo. Ein ziemlich cooler Fight. Der Part ist noch easy Melee. Oh, das war zu früh. Gut. 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 Gute. Deactivating projector. There's one to remember me by, switching to hollow mode. Crossing heat thresholds. Better let this cool down a bit. There's one to remember. There's one to remember. There's one to remember. Holy shit. That was good for bleeding. They still die. They still die. Thanks. Thank you. Evaded. Bitch. Evaded. That feels good. That's a bit much. Temperature normal. Ah, it could be close to someone to kill. Three, two, one. I need healing. Seriously. Nope. Shit. Fudge amount. You can't stop us all. Now. Okay. Meilen. Und dem wird Laserstrahl geben. That feels good. Das ist ja excluding reinforcements. Das heißt, ich gehe jetzt gerade einfach nur noch auf ihn. Soll der herpassen. Ja. Perfekt. Ich finde den Fall zu gut. Ich finde den Fall zu gut. Ich bin. Warte. Warte. Graveyards are full of soldiers who underestimated their enemies. Wir sollten mit Kasimir und entscheiden, wo wir von dort gehen. Der Tempel Kornir ist genau auf diese Höhle. Hm. Du kommst ja auch nicht mit. Wackst du immer noch dahinten rum. Und Fabi, wie findest du die Story? Hallo Fabi. Ich bin ein Intrusion, aber ich muss mit dir sprechen. Wer bist du? Wie wissen du, wer ich bin? Ich weiß mehr über dich als nur deine Höhle. Ich weiß mehr über dich als nur deine Höhle. Ich bin in einer privaten Beziehung. 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 Wir haben eine historie, aber die Dissagreie über unsere Wälder und Methoden haben sich in der originalen Ordnung entfernt. Ich bin in einer privaten Beziehung. 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 Wir müssen diese Leute beschützen. Warum hast du deine Energien in der Kampf gegen die Gott gebeten? Ich bin in einer privaten Beziehung. Ich bin in einer privaten Beziehung. Hör auf! Deactiviertes Projektor. Kommt zu mir. Ich werde dich beschützen. Ich werde dich beschützen. Der ist ein wenig dumm, aber die Mission ist cool. Noooooo. Damit es die Mission gefällt, weil er mich getargetet hat. Shit. Egal. Ich hab Hart, also das Achievement. Das kann ich auch gleich lassen. Und einfach nur ihn fighten. Heatsink. Heatsink reaching full capacity. This way, hurry! These innocents cower in the glory of Balthazar's light. I send them all to be made worthy, to be strengthened, to be formed! Over here! I won't let you touch them. That feels good. Go ahead, hit me! Holo is so cool, that's not so fun. Come to me, I'll protect you! Bolvizar, by your will protect me! You dare defy the god of war? The fires of Bolvizar will consume you all! Look out! Don't let her escape! Wait! We have to revive the faithful, before the fire gets them. The Herald can wait. Ah, fair enough. Und schon wieder rennt sie. minha力... Ela почти ésta. Gestrong ist ein Gott, sie selbst. Sie sieht deine Entscheidung, um die Innocent zu schützen, als eine Weakness. Eine, die sie kann Exploiten. Der Weg zu Balthasar geht durch seine Herald. Wir können nicht die Schreie geben. Commander, unsere Zielsätze sind in der Lage. Die Order of Shadows will mit dir arbeiten. Ich bin bei Macaulay Outpost, nach hier. Ich kann dir helfen, die Herald von hier. Ich bin mit dem. Weiter geht's. Pass through the gate. Oh, das ist besser. Kommandant, hier. Kido, was ist passiert? Blast war hier, die Branden in der Mitte von diesen Wurzeln, als die Forge verabschied hat. Sie hörten einen von den Forge zu sagen, dass Balthasar selbst auf den Weg um den Dragen zu schützen. Du da, folgst mir. Ich versuchte, die Order of Shadows wird dir helfen, zu finden Balthasar's Herald. Aber ich glaube, dass du für den Gott selbst verabschiedst. Wir brauchen deine Hilfe, um zu Vlast zu kommen. Er könnte sein, um den Weg zu stoppen, Balthasar zu verabschieden. Ich bin sorry, aber niemand in dieser Poste ist bereit, um gegen den Gott der Krieg. Das hier, weiter geht's. Ich muss diese Leute weg, von dem Gefahr hierher. Back to Koromir's Temple. Kommand, wir müssen zusammenhängen. Won't even fight for their own homes? These people aren't warriors. Unlike you, they see challenging a God at certain death. So they prefer to run and live. Wir verstehen. Get them to the Temple. I didn't have the heart to tell him that if we die today, there's nowhere interior that will be spared. Then let's do our best not to die today. Hmm. I like the Tribune's plan. So what now? We find Vlast. Kaz? I'm coming with you. I want answers. No telling which way Vlast went. There's fire and debris in every direction. This is combat destruction. So, will this be your first God fight? Yeah. You. In the spirit of one-upsmanship, I'll count Mordremoth and say no. The activating projector. But don't worry. I'll show you the ropes. Switching to hollow rope. You can't escape. That feels good. Both of us are safe. Die müssen wir gar nicht mehr retzen. You can't escape. That's two, three. That's two, three. That's two, three. Wow, wow, wow. All heat expelled. Die Scavenger müssen weg. Ouch. Come, come, come. Yes. Come, come, come. Aux. Aux. We can take a few others. That's a bit too much. gerade. Erst ein paar einzelne clearen, die nicht dazu rallyen und die Katapulte ausschalten. Ja, es funktioniert gut gerade. Okay. Danke, Cass. Danke, Cass. Hallo. 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 Was geht? Hallo. 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 Ja, was geht? Hallo. Ja? Hallo? Läuft welches Fabian? Ja, keine Ahnung. Ich bin auch in den Channeler, der hat noch nichts geredet. Störe ich deinen Stream gerade? Es geht. Ja, ich muss mir stören, Lukas. Nee. Du könntest zuschauen, Bitch. Stör, stör, stör. Stör, 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 stör. Und das stört, Lukas. Ich kann auch einfach rausgehen. Nein. Auf PUBG wechseln. Nein. Oh Mann, da war der Geil. Ich bin gerade im Stream, Alex. Da switche ich nicht einfach hin und her. So. Wo? Die Leute gucken mir zu. Fabi. Trotzdem. Vielleicht kriegst du mehr Zuschauer, wenn du auf PUBG switchst mit mir und dann nachher wieder zurück. Ja, nachher ist nicht. Ich muss morgen wieder ab, äh, in die Schule. Oh, oh. Schule ist für Versager, Lukas. Ja, wenn ich nichts dran ändere, dass ich da hin muss. Und jetzt hör endlich auf, POF zocken, während ich's noch nicht hab. Tja. Oh, du Wichser spielst da noch Holosmith. Ja, ja. Ein richtiger Hurensohn. Hab ich schon durch. Alter, nice, Alter. Oh, wie geil, die Raptoren. Alter, was? Ja, Alex. Warte. Alter. Alter, was? Ja, Outfight. Hui. Ich seh's gerade noch nicht. Ich hab nichts gesehen. Ja, komm gleich. Ich muss uns schlagen, ich muss mich erst gleich. Was hier, Outfight. Alter. Ja. Ja. Der Stimmer. Voll dumm in die Klippe reingekommen. Ich. Wieso hast du den Greifen noch nicht? Ist der Greif eigentlich schwer zu kriegen? Ich hab's nicht genau durchgeschaut. Nein, du musst die, äh, Story fertig machen. Mhm. Also, die, die POF, äh, Story. Und dann ne Collection, ne? Durch dann ne Collection und, äh, auf, äh, den Maps jeweils zwei Items kaufen. Also 250 Gold. Ja, genau. Und dann hast du ihn. Hält dich das? Man muss noch so Eier finden. Ja, ja, das ist die Collection. Ah, okay. Ist die Collection schwer? Nö. Ist schon halt ein paar Jumping Puzzle und so, glaub ich. Aber jetzt nix sonderlich schweres. Das ist cool, das ist geil. Dann gefällts mir richtig. Ja. Wenn's jetzt nicht so mega, also wenn es jetzt nicht, was so ne, äh, ne Legendary ist, vom Farmen her. Ja, nein. Das ist voll okay. Das haben ja Leute jetzt schon. Spring Cursor mein ich. Das haben ja jetzt Leute schon komplett. Okay. Was ist hier los? Bast. Du bimmst ein Spass, Fabi. Was ist denn jetzt eigentlich mit der scheiß Weihnachtslahn? Ja, äh, konnte ich jetzt noch nicht klären, weil der Pfarrer nicht da war, als ich da war. Ich muss meine Weihnachtslahn. Nein! Fabi, du musst das, du musst das klären. Sonst klär ich's. Okay. Nein, Alex. Fabi muss das klären. Lass, lass das lieber du klären. Weil wenn ich da anrufe, dann, dann dürfen wir da nie wieder ne Weihnachtslahn machen. Dann geht er so ran, hallo, dann melde ich mich und dann sagt er, ha, du bimmst deinen Spass, lol, und legt auf und dann vergeht wieder auf. Oh, shit, overheated. Deshalb musst du anrufen, Fabi. Vertrau in dich. Fabi, hast du Bock auf PUBG? Ah. Sehr geil. Gut, ab geht's. Dann geht aber in den PUBG-Channel. Ich hab grad gefragt, ob ich Rocket League spielen will. Jetzt weiß ich nicht. Hier hat Felix eigentlich noch keinen PUBG. Versteh ich auch nicht, hab's ihm schon immer was gesagt. Ne, also jetzt, jetzt, jetzt ganz unabhängig, weil ich glaub, Felix würde das Game richtig gefallen. Ja. Bin ich jetzt der Meinung, aber. Und das weiß ich, muss jeder selber wissen. Ich hasse sie. Aber er steht auf, er steht eigentlich grundsätzlich auf Shooter und er steht auf Strategie und das ist eigentlich schon beides so ein bisschen, finde ich. Das ist geil. Mit diesem Survival Loot Implement. Alex, Holo ist so geil. Scheiße, jetzt hört er auf, ist ... Alter, ich will keine, nie wieder DayZ-Updates, Alter. Wie kann ich das automatische Updates aktivieren? Deinstallieren. Ja, ohne Scheiß. Das fällt mir eigentlich auch gerade auf. Wieso hab ich das überhaupt noch? Kann ich eigentlich direkt deinstallieren? Ohne Scheiß jetzt. Sorry. Klingt komisch, ist aber so. Äh, den installieren. Jawohl, löschen. Tschüss. Und Noskov kann ich leider auch mal den installieren, auch wenn es mal Spaß gemacht hat. Ja. Aber es gibt keine Server mehr. Hä? Dafür gibt es keine Server. Echt? Die wurden abgestellt vor einem Jahr. Oh, okay. Oh, Noskov hat echt, das war auch so ein Game, was richtig Bock gemacht hat eigentlich. Glaubst du mir gleich? Ja. Dann kann ich das nicht möglich. Ja. Ja. Zero Light come for Holograms off Thermal release complete Ja jetzt habe ich alles installiert, fühlt sich gut an, ab geht's PUBG! Shards? Ja gut, okay Dann lassen wir Lucas mal Ja, bitte Gut, tschüss Lucas, wenn du nicht mit uns reden willst Ja, wenn ihr nicht mehr redet, ist halt scheiße im Stream Ist einfach so Ja, äh genau Wieso ist es in Skype? Denn wir nehmen ein PUBG-Spiel Ja Ansonsten wenn du Bock hast, spielst du halt mit Nee, jetzt streame ich erstmal die Story Nice, have fun Jo Oh Oh Was die letzte Elite Force Ah da Ja Oh 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 Das ist gut. Wir lassen das ein bisschen coolen. All heat expelled. Fresh claw marks. I'd say up that plateau. If Blast is up there, Balthasar can't be far behind. I hope we're in time. Balthasar. They're coming for last. Nope. I have to ask. Oots. I have to ask. 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 I don't expect none from me. Move me. Move me underneath. Dat is toy. Sick. That fight was nice. And surrender makes the pain more bearable. Maybe I'm stronger than you. Ups. They said I don't want to try it. From that point. It's to kill rising. Ups. Returning to normal parameters. Urge to kill rising. You are stronger. Kill my god. Please. Dum 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 dum. Temperature normalized. Palthazar stop this. I've prayed to you and enjoyed your blessings for as long as I can remember. I won't allow you to commit more atrocities. If you won't talk, we have to treat you as the enemy. Very well. You face the god of war, mortal creatures. And I tire of your meddling. So be it. Your herald is dead. I killed her. You could have replaced her. But you refused my offer. We'll have no more words to you. Only you to death. Sure. You, friend, I will spare. But my mercy ends there. I don't know why, but what the fuck. I don't know why, but what the fuck. I don't know why, but what the fuck. Light, come forth. Oh, watch this. Oh, watch this. Das ist eine gewisse Wahl. Die Flames werden deinen Kurs verletzen. Die Flames werden dich verletzen. Ich wusste schon, dass es passiert, aber Nein! Outs! Nein, nein, nein. Oh, mein Gott! Um... So, we still have no idea why he wanted Vlast... what his plans are. Wait, these crystals. They look like the Memory Crystal we saw in Glint's Lair, when the Master of Peace received Aureen's egg. A Memory Crystal? How do you... Uh... Der Wurgaard schlägt mich für die Kraft, die ich im Inneren und die Wäppen in der Propheten. Du musst herausfinden den Wissen, um ihn zu entdecken, Frau, bevor er es tut. Das ist Vlat. Er hat diese Botschaft für Aureen. Oder für jemanden, die er wusste, dass er es glaubt, um sie zu bekommen. Der Propheten. Welche Ideen? Ja, Ritlock, was hast du uns zu erzählen? Okay. Ritlock, was ist es passiert? Why did Balthasar spare? Call you friend? Null. Es war schon eine Weile, so sechs Monate oder so. Ich habe ihn verabschiedet. Dann habe ich den Stranger gesehen. In Chains. Er hat mir gesagt, dass er meine Waffe wiederholfen kann. Ich habe ihn nicht gefragt, oder warum er dort war. Ich habe ihn nur gefragt, um die Flamme der Sohathen zu verabschieden. Ich habe die Waffe benutzt, die Waffe zu verabschieden, um die Waffe zu verabschieden, die ihn verabschieden. Ich habe ihn verabschiedet. Ich habe ihn verabschiedet. Er hat mir gesagt, dass es ein Flamme aus dem Flamme. Zu Hause zurück. Er hat mich nach mir nach, der Flamme aus dem Flamme zu verabschieden. Ich habe ihn nicht wissen, bis nach einem Moment. Aber der Flamme ist Balthasar. Ich habe ihn nicht gesehen, bis nach einem anderen Flamme zu verabschieden. Ich habe ihn nicht gesehen, bis jetzt nicht. Kommandere, ich werde das richtig machen. Ich weiß. Kommandere, wir müssen wirklich ausgehen. Wir können nicht die Waffe zu verabschieden. Aber wir haben vielleicht gefunden, um die Waffe zu verabschieden. Kasimir und Kanak können Sie mit dir in. Träbjör, du hast Kasimir worried. Balthasar hat fast uns alle verabschieden. Entschuldigung. Vlast lefte eine Rekordung. Er sagte etwas über ein Ort, der Profit's Shadow. Es ist wahrscheinlich Glint's Lair. Ich bin da. Es ist nicht weit von hier. Aber wenn Balthasar das auch kennt, dann könnten wir eine Rekordung finden. Wenn wir in. Das ist ein bisschen der Trick. Okay. Hi Chris. Hm. 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 Na, was geht? Geht. In any case, Commander. Given the heights in this terrain. You should find out, how the locals get around. Weiß ich doch schon. Wir mit. Weeeee. Weeeee. Dann lass uns die. Neverlry Crystals finden. Hui. Nummer. Jeem. Ich bin. Ich bin. Eine Waffe. Jeem. Untertitelung ist der Monk. Die Waffe. Der Volk. Der Volk. Untertitelung ist der Zeit. Der Verkirte! Der Volk. Der hayst. Wir haben die Waffe. Der Formel. Die Waffe. Wir haben die Waffe. Wie natürlich. You'll hear no argument from me. Really? Here's where things get hot. And then get wrecked. You can't take much more. Oops. It's too high here. We can go a little bit outside. Then we could just go. Oops. I'll do that first. I'll do that first. I'll do that first. I'll do the destruction of all life. Following in his mother's footsteps. I'll do that first. 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 You look like you can fight. Come and help us. You look like you can fight. da unten ganz unten wenn wir das nur gewusst hätten hätten wir ein bisschen anders gehandelt vielleicht und bei mordermoth schon echt böse war problematisch ja ja das geht brawl 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 Okay. I feel trapped in this role, in this legacy. I yearn for freedom. I cannot turn away from these responsibilities. To do so would doom the mortal races to certain destruction, and perhaps myself as well. And then again, there is a kind of freedom in death, is there not? So a bit at least. Okay. This is great that these effects don't hit. So taunt and stuff. It looks like... Eh. Okay. But Doric continues to grow in power, and her mother's death remains unavenged. And when the time comes to... What is that? What is that? Oops. And I wonder, sister... Are your exalted attendants shaping you as they shaped me? Have their words taken hold of your heart? Do you feel the weight of those words grow heavier with every passing moment? Some, some advice. If you grow weary of your caretakers, offer a hiss, or a swat of your tail, and watch them scatter. Do not let them, for yourself, forget what you are. Go on. So. If we have hundreds of more eyes, we need to give you a shout-out to our girl. Do not pass it to your neighbor. Do not pass it to your head. Do not pass it. Do not pass it to your dog. Do not pass it to your dog. Do not pass it. And then go on to the dog. Do not pass it to your dog. That's pretty rare, okay? Do not pass it to a friend. See you later, and we have another dog. Do you think you're 65? Ist dann wohl der Finale. Ich hoffe, dass du besser fühlst, meine Freundin. Ich hoffe, dass du voll mit Purpose fühlst. Für die meisten Tage, was ich fühle, ist Angst. Oh Gott. Commander calling Taimi. Komm in Taimi. Something's up, isn't it? Kate says the mood in the egg chamber has taken a troubling turn. Was bedeutet das? Aurene ist nicht selbst. Sie starten moaning wie sie war in pain, aber sie wirst nicht jemanden näher. Sie schnappt an ihre Exalted Attendance, angrily. Die ganze Stadt spricht über ihn. Was ist passiert? Balthasar ist viel schwerer als er war. Er hat uns wie wir nichts waren. Und er... Er hat Vlast. Er war für mich, aber Vlast hat den hit. Oh, wow. Das erklärt, warum Aurene ist so agitiert. Sie ist schrecklich für ihren großen Bruder. Das Schlimmste. Ich liaisere mit Kaith und Luminant. Together, vielleicht können wir Aurene schlafen. Das klingt wie ein Plan. Ich werde bald wieder schauen. Bleib in Kontakt. Jo, dann... Würde ich sagen, war's das. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. ... Wie geht es? Wie geht es identity Earthen? Wie geht es? Wie geht es genau... Wie geht es? Wie geht es da este Tag toldter K mee? Wie geht es höher Himm. Euch. Ich weiß,��도...